Wir alle kennen Extinction und wissen, dass es nicht die beste Map ist, um sich als Solo aufzubauen. Aber genau diese Herausforderung habe ich mich gestellt. Und damit, Leute, heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Solo-Serie, und zwar Solo-Arc Extinction. Aber wie ich das Ganze anstelle, welchen geilen Spot ich mir kleme und was alles passiert, seht ihr in der ganzen Serie. Ich wünsche euch viel Spaß bei der ersten Folge und würde sagen, rein da! Und West 2, rein in den Survivor. Als erstes stand an der Liste Not Run of Island und dabei habe ich kurz den Spieler umgeheatet. Hu-Mann, hau Hu-Mann! Die Sau! Warte! Hammer! Dankeschön, Kollege! Was bist du für ein Spacko? Sorry, Mann. Muss das sein. Tschüss! Wohin, Stimberry, Stimberrys! Tschüss! Leute, schreien hier rum. Stimberry, Stimberrys! Kommt nach Bobbing, Jungs! Ich bin mies uneingespielt, wenn ich es mal so sagen darf. Da ist ein Kano gestorben. Bitte ist da ein Dings drinne. Eine Picke oder so. Sehr geil. Leider nix. Schade. Oh nein, das wollte ich vermeiden. Ja, super. Jetzt sind wir Half-Life. Ganz große Klasse. Wo ist das Scheiß-Ding hier? Hammer und weg. Und weg und weg und weg und weg. Wunderbar. Also keine Ausdauer. Ich darf nicht ins Wasser ohne Ausdauer. So, wir können es ja. Ins Inventar gucken. Dann regeneriert man schneller. Sieht so aus. Und weiter. Ich bin mies nicht eingespielt, Leute. Ich hätte nochmal ins... Hier. Deathmatch gehen sollen. Habe ich verpeilt. Last Player. Aber der lässt uns, glaube ich. Ah, der kommt. Ist im Weg. Sau. So. Der Note. Hier ist auch noch eine Note hier vorne. Und die Note hier oben am Wasser. Und dann gehe ich. Machen wir die Note. Zwei Level. Licht. Die haben sau wenig AP. Das ist schlecht. Gefällt mir gar nicht. Komm schon. Holz. Jawohl. Zwei Maps. Und zwei Jagd-Cluster. Ich bin gespannt, was wir hier rausholen. Und mein Spot wird erstmal... Oh, shit. Das habe ich komplett nicht gesehen. Ja. War lost von mir. Egal. Wir müssen hier uptribbeln. Jawohl. Das war ein schöner Spawn. Ah ja, wir können direkt hier uptribbeln. Wunderbar. Zack, zack. Auf geht's. Äh. What? Wo ist... Wo ist der Server hin? Hm? Der Server ist nicht on. What? Kann nicht sein. Wünsche mir Glück beim Wipe. Ich hoffe, mein Spot ist frei. Ich habe viel zu sehr getrödelt jetzt schon wieder. Ich hätte eigentlich erstmal das Claimen sollen, den Spot. Das war mein Fehler. Egal. Hä? No Sessions found. Warum? Das macht gar keinen Sinn. Wartet mal. Wartet mal. Also ich check gerade nicht, warum ich nicht traveln kann, Leute. Das macht gar keinen Sinn. Probier ich es jetzt nochmal hier. Ach. Ach. Ich Idiot. Ach. Scheiß, du Auflinger. Ich habe kein Holz. Ich habe kein Stein. Leute, ich bin komplett lost hier gerade. Was mache ich hier überhaupt? Ich weiß es nicht. Gib mir Holz. Auf geht's. So, Hide Armor. Warum jetzt nur noch Leder? Das hätte zählen müssen. So, wir müssen, ja, wir haben jetzt 10 Minuten, haben wir. Ich gehe auf den Enforcer, es lohnt sich nicht, weil das Ding ist, Leute, da kommen wir schneller hoch. Mit dem kann man auch schnell fighten und so schon. Petri, bis wir jetzt einen Spoilt Meet haben und so, das dauert mir zu lang. Bolas, ganz wichtig, Bolas und Pfeile. Da ist sogar einer. Der ist, welches Level? 20. Ich nehme den sogar, glaube ich, weil den kann man easy craften. Ich habe vergessen, dass die Sau übelst stark ist. Scheiße. Ja, vielleicht kriegen wir es hin. Komm schon. Unsere Armor muss halten. Danke. Jawohl. Oh, nice, 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 nice. Jawohl. Okay, wir brauchen jetzt... Ah, shit, ich habe Metal. Metal. Wir müssen Metal holen und durchbrennen. Das habe ich komplett vergessen. Shit, okay, okay, okay. Auf geht's. Weiter Richtung Spot. Hier ist Crystal. Hier ist Crystal. Habe ich auch nochmal mit. Ganz wichtig. Du kleiner Mann bist ein ganz wichtiger. Alter, fällt das sogar an, die Sau. Komm. Geh down. Jawohl. Da ist noch eine Enforcer. So, wir müssen nochmal eine zweite Armor craften. Refining Forge. Fiber, Stein, Holz. Hol mal. Okay, wir machen schon mal mehrere gleich. So, der Server ist relativ primitive gehalten, Leute, deswegen. Ich habe Bock eigentlich mal wieder einen Low-Rate Server zu zocken. Zwanziger Hit. Können wir... Wen nehme ich mit? Wartet mal. Das machen wir schnell. Den können wir mit dem Dings auslocken. Auf geht's. Fall um, fall um, fall um. Jawohl. Oh, jetzt habe ich ihn zweimal gehittet. Das war ein bisschen lost. Egal. Lassen wir hier. Der wird getamed hoffentlich. So, wo sind denn wir überhaupt gerade? Ich muss mal ganz kurz gucken, wo wir sind. Ein bisschen orientierungslos. So, da sind die City Woods. Da... Super. Okay. Das erste. Baue ich mir eine Base. Hier. Oh. Nearby Enemy Gate. Und wo denn? Wo ist hier ein Enemy Gate? Hier hat irgendwo jemand was geplaced. Too close to Enemy Foundation or Gate? Wo ist denn hier ein Enemy Gate, Alter? Ach. Lol. Wegen den Admin Foundations. Hier ist was geblockt. Jetzt habe ich das jetzt gecheckt. Wir sind aber am falschen Ausgang, ne? Der Sanctuary, da wo ich hin will, ist da hinten. Okay, wir bleiben aber hier wegen dem Metal. Das ist nicht schlecht. Bei mir bleiben wir hier. Da. 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 Smithy, Smithy, Stein� und Holz. Alles klar. Was denkst du? Ich brauche ganz viel Metal. Ich brauche 200 Metal, Alter, für einen Enforcer. Das ist übelst viel. Ich meine, ich habe es jetzt schon gefarmt hier. Ich muss es halt nur durchschmelzen lassen und das kann dauern. Das ist das Problem. Aber das ist das Geile. Man arbeitet auf etwas hin und dann ist es da. Das ist ja das geil. So, go, go. Also, Crystal, Element, das. Dafür müssen wir dann noch hier die Laternen mitnehmen. Aber wir haben auch Pech, weil der Blueprint teuer ist. Wartet mal. Wir holen uns jetzt noch ein besseres VP. Hier ist sogar ein Enforcer. Perfekt. Alter! Der ist viel zu schocken. Ja, das bringt nichts. Der ist viel zu stark, Alter. Warum ist der so stark? 135. Ja, alles klar, Kumpel. Oh ne, der ist doch jetzt Daueraggro. Achso. Achso, ne. Kumpel lässt du mich bitte. Super. Der macht die Spike kaputt. Oh, muss das sein jetzt? Mann. Wollte dich doch nur umbringen. Wollte deinen Blueprint haben. Nein, ich war doch dran. Ich hab alles. So. Alter. Übel zerschrocken. Nein, nein, nein. Wir haben kein Stepping weg. Ja, ich hab kein Shit mehr. Das war's. Schnell, 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 schnell. Oh, nein. Oh, wie kann man denn so scheiße sein? Wie sau, Alter. Ja, wie kann der Enforcer so strong sein? Ich wusste nicht, dass die so stark sind. Okay, egal. Aber er hat sich wieder beruhigt, glaube ich. Okay, dann müssen wir einen, äh, erstmal hier, Taik und Crossbow machen, bevor wir den Enforcer entledigen können. Ja. Und eine Ersatzrüstung, bitte. Ich nehm alles mit. Ich will hier eigentlich nichts lassen. Wenn das jemand mitnimmt, dann ist es weg. Okay, dann gehen wir aber erstmal mit dem... Ja, wir haben ja alles. Dann lass uns doch erstmal einen Petri salg machen, dann gehen wir mit dem Petri hoch. Für unseren Spot. Dann lass ich den Enforcer jetzt erstmal. Alter! Und warum greift er mich denn jetzt schon wieder an? Was hab ich... Oh mein Gott. Ich hasse das. Die sind jetzt Akku. Der ist auch auf mich, weil ich einen Dino angegriffen hab, gell? Ja, komm her. Komm. Jetzt fetz ich dich. Fetz ich dich. Ich fetz dich. Gar kein Problem. Ich bleib' erst noch mal sterben und ich hätt' mir noch mal ein Steppingback machen sollen, was ein bisschen lustig ist, aber egal. Ja, Knochenbrüche. Keine Schuss. Wer ist so stark? Ach, Scheiße. Ja, ich hab' kein Steppingback. Ich voll vorstuh'n. Oh! Wieso ärgert der mich so? Peinlich. Wehe, der Spot ist besetzt, dann hole ich mir den. So, jetzt machen wir ein Steppingback, kill ihn nochmal. Also greifen wir ihn nochmal an und dann haben wir vielleicht Glück. Ich hab' den. Wenn wir den haben, 135er, das ist ein Brocken. Das ist ein sehr geiler. Zu Forster. Ich dachte kurz, er läuft. Spieler. War aber nicht so. Go, go, go. Ehrlich, Leute. Ich weiß nicht, was ich mir da gedacht hab, aber ich hab' immer noch kein Steppingback geplaced. Also, ich hab's eben gesagt und hab's nicht gemacht. Ich bin einfach komplett los gewesen da. Sorry. Chill, 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 chill. Oh mein Gott, ich wollte falsch ansterben. Ach, so schlecht! Und ich hab' keinen Steppingback geplaced. Ich raste gleich aus. Ey! Oh! Mann! Ach, so schlecht kann man doch nicht sein. Jetzt mal wirklich. Also, das ist ja ein einziger Witz hier. So, ich skipp jetzt mal diese ganze Tragödie mit hin und her. Hab' mir jetzt den Petri geholt, bin erstmal Polyfarm gegangen. Beziehungsweise diese Corrupted Noodles, weil das ist dasselbe wie Poly of Extension. Wir müssen hier hoch. Wir müssen ein Corrupted Viech erledigen, weil wir brauchen Poly. Und Poly kriegen wir durch die Corrupted Noodles oder wie die Dinger heißen, weil das zählt als Poly mehr. Und das ist geil, müsst ihr wissen. Und da ist ein Kano und den erledigen wir jetzt. Ah, der greift mich an. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Der greift mich an. Ja, es ist doch ein Witz. Ich habe dir nichts getan, Junge. Krieg deine Aggressionen in den Griff. Der ist wie ich einfach. Schlimm. Komm, greift den Trike an. Alter, ernsthaft? Ist das so? Warum? Komm, 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 greift den Trike an. Hä, wieso hat der denn jetzt so Aggro auf mich? Jetzt. Danke. Meine Herren. So. So. Wir haben den Trike geholfen. 100 Stück brauchen wir. Äh, hallo? Hallo? 32 haben wir bekommen. Ich hoffe, wir kriegen ihn da, bevor er kommt. Jawoll. Ich weiß nicht, was es mehr gibt. Axt oder? Ah, warte mal. Können wir die noch so abbauen? Können wir dann mehr? Ich glaube nicht. Komm. Komm schon. Oh, der hat gar nichts gegeben. Ist ein bisschen wenig, um ehrlich zu sein. Aber solange das Metal schmilzt, haben wir eh Zeit. Alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Ja, Corrupted Fischer ist gerade hier nichts mehr. Ah! Kann er mal hinfliegen mit ihm? Sehr cool. Dann fehlen wir gerade mal noch irgendwas. Der hat wirklich so unfassbar wenig Stabilidad. Das gibt's doch gar nicht. Da ist ein Corrupted etwas. Peter, bleibst hier bitte. Danke. Ja, ha! Komm schon. So einen Start finde ich mal wieder geil, Leute. Es ist so geil, mal wieder ein bisschen entspanntes zu zocken. Das hatte ich dann echt lange. Ich habe früher nur so Low-Rate-Server gespielt. Und dann irgendwann dann auf die schönen Speed-Server geswitcht. Und dann haben wir mal wieder Low-Rate-Server. Aber jetzt ist schon etwas länger her. Das ist ein Petri. Der könnte... Ja, der hat jetzt den D-Lock gegessen. Okay. Kriegen wir den Stego auch mal down langsam? Ich weiß auch nicht welches Level der hat. Und ich sterbe gleich. Beziehungsweise noch hier aus. Und noch ein bisschen Stimms essen nebenbei. Ja, hat den Dilo gefressen. Die Sau! Er frisst den Dilo und haut wieder ab. Ja, dann fight doch wenigstens. Vom Herrn stell dich dem Kampf. Oh ne. Oh ne. Jetzt kann ich einen von den beiden nicht bohlen. Okay, ich habe es geschafft den Raptor zu bohlen. Ja. Scheiße. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm Petri. Komm, 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 komm. Nein. Nein, 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 nein. Bleib stehen. Bleib doch stehen, Junge. Ich bin sauer. Ich bin sauer. Ach so. Ja sicher. Ach, egal, komm. Lass gut sein mit dem Spiel. Lass gut sein mit dem Spiel. Lass gut sein mit dem Spiel. Wie geil. Ich raste hier noch aus. Oh ho ho. Mann. Alter, unfassbar. Wirklich. Unfassbar ist das Ganze. Komm, 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 komm. Chance wettern. In der Tasche. In der Tasche. Alles ansehen. Für Bruders brauchen wir Stein. Wollen wir uns. Ja, komm, 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 komm. Gib mir ein Head. Auch nicht. Ja. Ach, arg, Junge. Arg, Mann. Ja. Ach, arg, Junge. Diese Verzweiflung. Es gibt's nicht. Noch nie so schlimm. Ja. Warum ist es schneller und warum wirft die Bohler nicht, wenn ich's will? Endlich. Alter. Was ist denn ein Forza? Ach so, jetzt ist der One-Shot gewesen. Äh, das ist klar. Komm, jetzt gib bitte Nudeln wenigstens. Ja, danke. Oh ja, das waren genug. Wunderbar. Ciao. Ein bisschen angespannt hier, ne? So, ich hatte jetzt fast alle Ressourcen und musste es jetzt nur noch irgendwie schaffen, alle Dinger zu einem scheiß City-Terminal zu bringen. Und das war so beschissen weit weg. Also es glaubt ihr wieder gar nicht. Ich bin da wieder halbe Weltreise mit Ressourcen gemacht. Nur um da hinzukommen. Naja, aber seht selbst. Pryos werden wichtig. Anki wird wichtig. Dödi wird wichtig. Hm. Weil jetzt lohnt sich auch wieder Anki und Dödi. Auf jeden Fall. Weil Bergbau-Laser. Ein Bärspar-Laser gibt's hier gar nicht. Ne, wir sind hier einfach komplett falsch. Alter, wo ist hier ein City-Terminal? Bin auf der Extinction? Ich hab kein City-Terminal vor der Nase. Das ist doch Kacke. Ich muss den ganzen Weg aber jetzt nochmal gleich laufen. Ach, ich werd wahnsinnig eh. Also der Enforcer ist ja so wichtig. Der ist ja so wichtig. Ist nur ein Operaptor. Spider. Nein. Kein Netz jetzt. Danke. Ah, hier. Hier ist es. Das ist mir vorbeigerannt. Okay. Ich leg das jetzt aber nicht hier rein. Ist mir zu unsafe. So, ich hab mir jetzt einfach hinter dem Terminal eine kleine Box mit den Ressourcen gemacht. Bin zurück zur Base. Hab den Rest geholt. Wieder hergekommen. Und hab dann den Enforcer gecraftet. Oh, hier liegt was. Alter. Hier ist ein Primitive Enforcer BP übrigens. Das machen wir. Das ist zehnmal günstiger als hier unser anderes. Wartet mal. Wir gucken gleich mal, was für einen Unterschied die haben. Jetzt geht's noch mal, w ankles vor. Alles guck mal. Du bist die Bereich, guck mal, oder? Was? Boah. Wintes. Wir sind gerne noch verab Rox, wo also die Ressourcen hastbe fatto? oh richtig leute wichtig zack alles loaden abfahrt so schnell zur base zurück stuff holen und dann abfahrt weiter hat nur 800 hp alter der ist eigentlich ultra kacke aber er hat sauviel ausdauer mal wie schnell wie schnell wir sind geil du hast ein ungünstiger start ich bin aber auch an der falschen stelle gespawnt am anfang und habe mich dann hier festgesetzt es war schlecht welche ich machen dürfen egal so alles einsacken auf geht's pick up sleeping bag dann lass uns jetzt mal ganz schnell ein paar foundations craften und dann spot claim gehen das ist ein player das ist ein player der hat den auf follow oder greift er den an da ist ein base das ist ein bescheid ich versuche es was ich versuche es ein bescheid ich versuche es einen bescheid ich versuche es kt töten hat mich getroffen hat schon kommt schon aber problem seit wann kann man den enforcer grabben scheiße wir werden hier drauf gehen ich kann mich nicht sporten es packt wenn der drauf geht werde ich so sauer wenn der drauf geht werde ich so sauer lauf junge lauf ist der so schlecht das ist doch scheiße kann ich nichts machen tausend mittel ich glaube es nicht der hat 100 100 prozent aber ja ich habe aber keine 2000 metal alter sorry dass ich hab mich mal kurz so in die forge parat entschuldige na nee es ist es macht absolut keinen sinn ich muss hier weg so gegen ende wurde schon von zwei leuten auf pizza folgt ja und schlussendlich sehe dann was passiert ist schlussendlich weg 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 hier weg hier nicht gesehen ich raste aus oh mein gott ich raste aus ja sind die sind zu zweit ich raste aus lauf junge lauf mach dich diesen jungen ich habe es dich das war's Oh, Junge, er hat einen scheiß Maid, Mann. Wieso? Er hat keine Ausdauer, willst du mich flaxen, Junge? Er läuft nicht. Ja, das war's, das war's. Verdammt! Digga, so unnötig. Es ist so unnötig. Meine Fresse. Das ist so unnötig. Vielen Dank.